Mit der Einatmung richtest du dich nach oben auf und du stellst dir vor, dass die Hüfte hier herunter zieht. Und mit der Ausatmung neigst du dich wieder über die Seite oder über oben zur Seite. Genau, sodass du eine ganz schön unterstützte Lateralflexion hier ausführen kannst durch diese Zugspannung der Federn. Genau so. Und genieß die Dehnung hier an der Seite. Letztes Mal, dann bleibe nochmal hier an der Seite. Sehr schön. Atme wieder vorbereitend ein und mit der Ausatmung rotiere einmal so, dass die Hand, jetzt die andere Hand aufs andere Schulterpolster kommt und die erste Hand auf die Kopfstütze. Und in dieser Verschraubung rollst du dich Wirbel für Wirbel hoch in die Streckung und spiralförmig rollst du dich wieder ein. Genau so. Ja, super. Einatmen.